guten tag meine damen und herren willkommen zu einem filmmakers live im neuen deutschen kino schock kein weg zurück feiert seine uraufführung morgen als abschlussfilm der reihe und als künstlerischer leiter des filmfest habe ich mir dabei sogar was gedacht nein wir haben den film ausgewählt weil ein wunderbares atmosphärisches werk ist ein abstieg ein albtraum in die nacht wenn man so will ein unglaublich atmosphärischer film dass so etwas aus deutschland heraus möglich ist nicht jedes jahr der fall aber dieser film ist in dieser hinsicht besonders wirklich ein sehr atmosphärischer druck voller thriller und er ist auch deshalb besonders weil ein regie duo hat und deshalb wollen wir uns sehr genau mit diesem regie duo unterhalten nämlich mit daniel rakete siegel und dennis moschito die jetzt beide da sind herzlich willkommen ja wunderbar dass ihr da seid wir haben das einen tag vor die premiere gezogen es ist wie ich wie ich angekündigt habe wirklich ein druck voller thriller und es ist ein ungewöhnlicher weg den ihr gemeinsam gegangen seid dennis seit 20 jahren natürlich ganz viele maßgebliche projekte im schauspiel in deutschland und ihr habt gemeinsam eigentlich zuvor im fernsehen gearbeitet also es gab eine serie auf zdf neo die ist im knast 2015 die für euch relevant war aber das ist das eine dass man zusammenarbeitet das andere ist dass man zusammen als regie duo wirklich arbeitet was war der moment wo ihr gesagt habt wir können das zusammen wir wollen das zusammen machen also erstmal glaube ich kam an erster stelle unsere freundschaft wir haben diese serie im knast zusammen gedreht wir waren bei ganz vielen dingen sofort einer meinung wir haben sehr schnell gemerkt dass wir ähnlich ticken dass wir ähnliche interessen haben auch wenn wir rein optisch wirklich überhaupt nicht aussehen also wenn wir zusammen passen sind wir beide nerds es gibt vermischungen in ganz vielen themen die uns interessieren und wir haben einfach sehr schnell gemerkt okay wir kommen nicht dran vorbei wir werden beste freunde werden und und haben dann auch sehr schnell gemerkt dass wir zusammen arbeiten wollen weil aus meiner perspektive als schauspieler unter der regie von daniel zu arbeiten war einfach ein großer spaß es war immer auf augenhöhe dann ist einfach ein ganz toller regisseur und ich hätte am liebsten einfach nur noch mit ihm drehen wollen und dann haben wir einfach gesagt ja dann machen wir das doch und drehen ab jetzt zusammen filme und genau da muss ich direkt natürlich was zu sagen weil die ich möchte es vor allem unterstreichen wie wichtig das war dass wir dass wir uns direkt so ein bisschen ineinander verknallt haben und das irgendwie mit skyrim videospiel ist star trek das vollprogramm wir haben gelacht wie irre und es standen leute uns rum die nicht verstanden haben was los ist hi leute ich mach das mal wieder hin okay die privatistischen aussagen über games genau videospiele skyrim star trek das ist immer wichtig deep space nein aber die das ist was denn es gesagt hat super wichtig weil genau das ist der punkt also der das ganze ding ist vor allem so ein ein denkmal für unsere freundschaft vor allem so das war auch immer wenn man wirklich ganz ehrlich ist auch immer das wichtigste es ging vor allem darum was zu machen es ging nicht darum film über gangster strukturen können noir thriller dunkel irgendwas das war nicht so entscheidend das war es ein aus liebe geborenes projekt ein dunkles aus liebe geborenes projekt da gibt es szenen applaus für liebe gibt es richtig viel applaus gab es da okay das war kein slow clap aber deswegen finde ich aber vielleicht wirklich auch noch was direkt zu sagen wir haben uns halt auch getroffen entschuldigung wenn ich da kurz reingrätschen muss aber es ist so wichtig das denn es hat ja gesagt dass die arbeit mit mir als regie gut waren das geht natürlich nur wenn die wenn das andersrum auch funktioniert so und wir hatten also sofort so eine so eine augenhöhe und so bei dieser serie das war am ende auch meine debüt serie wenn man so will ich habe vorher ein million anderen salat gemacht aber das da ging es so zum ersten mal um was und das ist direkt für mich unglaublich wichtige sache gewesen jemanden zu finden mit dennis und da gehören auch irgendwie manuel tristan malen die ganzen leute aus dem ensemble aus dem knast die gehören auch dazu dass ich direkt so ein gefühl hatte von oh holy shit das ist ja ein kollaborativer prozess so wir reden miteinander wir entwickeln dinge miteinander aus und ich bin nicht irgendwie nur der heini der da vorne sagt wenn man irgendwie wie man den satz aussprechen soll oder so und das geht natürlich nur wenn man total matchen wenn man halt so ein fund an schauspieler war hat wie dennis wo man einfach sich sofort wo das wo die arbeit eigentlich nicht sich nicht wie arbeit anfühlt und wenn ich schon nur kurz was weil du meintest fernsehen wir haben in dem prozess wir haben sehr viele leute mitgenommen die vorher nur fernsehen gemacht haben unser kameramann der paul piek zum beispiel hat ganz viel fernsehen gemacht unser editor der sitzt auch hier david wieching so das sind alles leute die fernsehen gemacht haben für uns und es kam immer die frage aber können die leute das denn und wir hatten nie zweifel ich glaube es sind halt eben genau die leute die da sitzen und sagen ich habe keine lust immer und immer wieder so die vorabendserien zu machen ich möchte zeigen was ich kann und wir haben darauf gesetzt und wir sind sehr gut damit gefahren these die leute kommen aus dem fernsehen weil sie eure sensibilitäten teilen eure sensibilitäten eben auch für genre etwas es gibt nicht schwierigeres als in deutschland genre als kino durchzusetzen mittlerweile ist genre als streaming deutlich einfacher geworden aber als als kino und das wolltet ihr eben doch unbedingt unglaublich schwer immer noch also erzählt bitte dazu wie gegen welche wände ihr erst mal gelaufen seid und warum ihr irgendwie durch die wand auch durchgebrochen seid und was machen konnte ja also zum einen wir haben es ich muss sich leider enttäuschen wir haben es relativ leicht gehabt an vielen stellen also es gab es gab hürden ganz eindeutig und da können wir auch gerne drüber reden aber im endeffekt also erstmal wir beide lieben genre wir hatten lust genre zu drehen werden keine lust auf eine romantische komödie das ist das was wir machen wollten das das was uns selber am meisten interessiert und als wir das ausgesprochen haben gab es an ganz vielen stellen leute die gesagt haben ja endlich lasst uns doch bitte mal genre machen da waren ganz viele leute die lust hatten auch unsere produzenten die die dürsteten nach so einem stoff und genau und dann hatten wir sehr früh den wdr dabei die filmstiftung nordrhein-westfalen war sehr früh dabei für alle war das kein problem unser redakteur der hat irgendwie fassung gelesen und meinte jungs ihr könnt gerne noch ein bisschen härter werden haut rein so also das war wirklich nicht so wie man es wie man es erwarten hätte können jetzt so im im nachhinein also wenn es um die kinoverwertung geht dann wird es schwieriger so und wir hatten natürlich auch bei bei gewissen fördern haben uns überhaupt nicht verstanden so wir hatten auch gespräche wo leute meinten so entschuldigung ist das eine komödie ich weiß gar nicht woher diese idee kam so und ich habe erst so gelacht und dachte ja ja und dann dachte ich auch die meinen das ernst das für eine komödie und also ja das leute ist wahrscheinlich super perplex dass überhaupt jemand genre versucht das muss eine komödie sein das kann das kann niemand ernst meinen in deutschland ich halte trotzdem noch ein bisschen an meiner these fest dass es schwer ist aber vielleicht kamt ihr genau zu dem richtigen zeitpunkt wo peak streaming sozusagen alles verändert hat oder oder die die fernsehsender darüber nachgedacht haben und die förderer dass man irgendeine art von anderen stoffen kompromisslosern stoffen ein weg bahnen muss weil mittel auf der road funktioniert sozusagen immer schlechter oder also sagt noch mal wann wann der weg begann zeitlich weil 2015 war die serie und ab wann habt ihr an dem stoff gearbeitet ja ab dann da ging es los also ich glaube auch so ne weil du hast ganz normal gefragt was am anfang gefragt was war die hürde und ich glaube die größte hürde gegen die wir mit dem kopf geschlagen sind ist eine sehr 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 lange hürde namens zeit gewesen so ne also wir wir hatten glaube ich was was ist wirklich glaube ich ein bisschen eine andere perspektive in die in den prozess dieses films zu machen bringt ist dass wir keinen so intrinsischen zeitdruck hatten wir haben uns hingesetzt und einfach was gemacht so jetzt nennen es war bon voyage und auch amir im speziellen als er als produzent dazugekommen ist was noch mal ein ganz anderer stranger moment war wo das passiert ist als wir da im deswegen kommt das ja auch nimmt das ja so full circle hat es ja gestern gemeint dass wir saßen haben wir das ist noch mal ein paulana biergarten hofbräuhaus in berlin natürlich da haben wir uns aus weirdesten gründen dann getroffen mit einer brezel gesagt okay fuck ja lasst uns einen film zusammen drehen und deswegen ist es passt es auch nur dass wir jetzt hier unsere webpremiere feiern dürfen aber die im hofbräuhaus berlin genau berliner kinder müssen wir später feiern gehen irgendwo ne aber die ich glaube wirklich die große die große hürde war zeit und die haben wir wir haben uns da sehr früh dazu entschieden da einfach einfach darauf zu scheißen so dass wir uns da keinen druck machen dass wir nicht für irgendeine einreichung jetzt schnell mal eine erste drehbuch fassung schreiben dass wir nicht irgendwie sagen kommen ja okay wir machen es irgendwie mit einer debütfinanzierung so sondern wir machen versuchen es als kinoco und deswegen glaube ich weil das bei der film nämlich am ende so mit seinem mit seinem vergleichsweise schmalen budget was auch nur funktioniert hat weil wir mit vielen freunden und freundinnen in allen bereichen mit denen wir ohnehin arbeiten wollen da auch ein deal gefunden haben der glaube ich wurden die leute nicht über den tisch gezogen wurde aber sagen wir mal reich geworden wir sind über den tisch gezogen worden also reich geworden ist mit dem film niemand und das ist glaube ich auch eine wichtige sache dass wir mit dem film glaube ich und das hat es ja das hat es vielleicht auch so leicht gemacht hätten wir zum budget jenseits der drei millionen gehabt dann hätte es ein ganz andere anderes interesse gegeben uns da irgendwie rein zu labern uns irgendwelche handy insatz und kann brunos familiengeschichte nicht ein bisschen klarer stärker ausgesprochen werden könnte nicht noch mal ein bisschen was in dialog packen deswegen also unsere produzenten haben uns da unglaublich freie hand gelassen ist da sehr oft bei unterstützt und das ist beim WDR das gleiche gewesen und das ist glaube ich auch ein resultat daraus dass wir so ein bisschen ja vielleicht so ein bisschen unter dem radar waren weil das nicht so gefährlich war oder so so ein assiger kleiner kölner film was euch schon schief gehen und dass das ding so ein dass wir irgendwie dann ständig im laufenden betrieb irgendwie im auto fast die ganze zeit nachts und so dass das ist dann das ist dann ja später aufgefallen was der film so atmosphärisch ausmacht ich glaube was halt auch noch daran spielt ist gerade das es gibt ja vorbilder so also das ist es gibt nicht viel aber immerhin gibt es filme wie chico tatsächlich oder vor blocks war sehr erfolgreich asbestiv jetzt gerade es war sehr erfolgreich also man spürt dass da so ein interesse da ist wir haben halt wir haben unsere vorbilder was das genre angeht sind halt eher europäisch also auch ganz besonders die die pusher-filme von reffen so ne die ich wirklich total liebe und wir haben wir wollten halt wollten jetzt nicht einfach wieder so eine rise and fall geschichte erzählen und irgendwie leute die die knarre cool halten und und gangster wie eine frau die gerettet werden muss oder so genau wir haben versucht da irgendwie so ja das so so sehr runter zu kochen wie es irgendwie geht weil sich das für mich dann einfach aufrichtiger anfühlt jetzt spätestens ist der zeitpunkt gekommen noch einmal aus eurer sicht den kern der geschichte einfach dem publikum zu erzählen weil die meisten das noch nicht gesehen haben aber das andere du spielst natürlich die hauptrolle des bruno so und bevor wir sozusagen über die geschichte reden war immer klar dass du die hauptrolle spielen würdest ne ganz und gar nicht ich habe also wie gesagt wir haben als wir uns das erste mal zusammengesetzt haben und uns überlegt haben dass wir ein film zusammen machen wollen haben wir zwei sachen festgehalten zum einen wir wollten gesagt wir drehen keinen gangster film und das zweite war ich spiele nicht die hauptrolle und es ist komplett schief gegangen da sind wir sehr gescheitert ein prozess der sich häufig so wiederholt hat gesagt haben das finden wir richtig scheiße hat es am ende das dann auch in film geschafft ja genau aber vor allen dingen ich hatte ja lust regie zu führen und auch lust mit daniel zusammen regie zu führen und ich wusste dass wenn ich es war eine idee dass ich eine kleine rolle spiele eigentlich so die rolle die fahre jetzt spielt ich hatte aber nicht so richtig lust darauf und am liebsten hätte ich gar nichts gemacht und wir hatten einen anderen schauspieler mit dem wir das gerne machen wollten dass dann kam corona und dann ist das terminlich nicht mehr zusammengegangen und dann war das irgendwie plötzlich so die beste lösung dass ich das mache ich kannte den stoff ich also ich war so nah dran und dann war ja mein gott dann spiele ich selber und ja worüber reden wir wochen vor dem dreh monate vor dem dreh nee das war schon das ist schon monate vor dem dreh sehr kona produktion sind wir die haben den dreh start haben wir glaube ich dreimal ein und dreimal geschieben müssen so aus diversen problem es gab ja eine zeit lang konnte man ja auch eben nicht reisen so und so also das war schon ja sagen wir mal sehr herausfordernd zwar jetzt nie irgendwie zerstörerisch aber das ich kann es nicht so genau sagen das war ja acht neun monate im jahr also wir haben dann vor allen dingen auch noch mal ein buch gearbeitet und also wir haben genau als das dann passiert ist sozusagen dass die das das momentum entstand dass denn es gesagt hat so ich habe auch das zu machen dann da haben wir da und schon auch lange darüber unterhalten ob das wirklich cool ist haben uns da auch glaube ich schon zeit gelassen und dadurch hat dann sozusagen das neue ansetzen dieses drehtermins also ich glaube würde jetzt mal sagen das wäre sozusagen mehr oder weniger wochen vor vorbereitet so ein zwei monate vor dreh wäre es gewesen hätten wir dann gedreht und dann hat es nicht nur deswegen aber es dann haben wir glaube ich danach schon noch ein jahr an dem film gearbeitet würde ich sagen denn es ist brunos trip into darkness eine reise durch die nacht was wollt ihr über bruno noch erzählen ohne zu viel zu spoilern das ist das das ist das schlimme man könnte so wunderbar über die ästhetischen entscheidungen reden wenn man gerade ins zweite drittel des films geht aber das können wir dann nach dem film machen oder nach der premiere morgen am donnerstag im sinninger tor ja also für einen gangster film recht untypisch geht geht es in schock um den arzt bruno der seine appropriation verloren hat weil er drogen missbraucht hat und seine appropriation nur gut der darf nicht arbeiten tut es aber trotzdem und behandelt weiter leute die keine krankenversicherung haben illegale aber eben auch kriminelle und gerät so zwischen die fronten zweier rivalisierenden gruppen auch mafiöse gruppen und wird in strudel gezogen und wird nach und nach immer mehr selbst zum täter und genau bis es am ende gut ausgeht und genau das ist mittel sind in der natsche und der film ist ein sehr düsterer ja moody sehr schöner was soll man dazu sagen ja scheiße ohne zu viel zu verraten ja es ist ein film über einsamkeit das ist ein film über also und corona spielt in unserem film auch eine rolle und das passt auch wunderbar mit diesem thema der einsamkeit zusammen es ist ein film nicht unbedingt über das sich selbst überschätzen aber über das unterschätzen von 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 komplexität um mangelnden respekt vom chaos ich weil bruno ist ein recht kompetenter arzt aber aber irgendwie alles was er anpackt zerfällt und und es liegt nicht daran dass er nicht dass er das eigentlich nicht greifen kann er versteht einfach nur nicht die hintergründe versteht nicht wie komplex eigentlich das gebilde ist was was da im hintergrund vor sich geht und sobald dann emotionen dazukommen und familiäre verstrickungen wird das alles irgendwann nicht mehr überschaubar war das zu komplex oder ist das für mich gesehen hat kann man es deutlich nachvollziehen aber aber das stimmt also guckte ich das lieber noch mal an wenn den film vielleicht mal gesehen hat bei da ist eine menge war es dran und ich glaube das was uns an bruno vor allem auch irgendwie immer sehr fasziniert hat ist dass wir dass wir den selber bevor wir den gedreht haben noch nicht ganz verstanden haben so wir wollten ein film machen der es umarmt dass man nicht alles versteht so dass man sich selber gedanken machen muss und das bruno da ein bisschen auch eine leinwand für es so jemand der leinwand was habe ich gesagt und diese dass man da irgendwie andocken kann und das eben macht ohne irgendwie heulkrämpfe ohne große ausbrüche sondern gedeckelt bis ins extremen genau und was 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 uns beide auch was wir mögen auch klassische geschichten die ein bisschen aus einer anderen perspektive erzählt sind also beispiel was auch scheinbar überhaupt nicht passt aber ein film den wir beide sehr gerne mögen ist shin gozilla das ist ein der beste gozilla film ist ein film über die bürokratie wenn gozilla in tokio einfällt was passiert dann wie wird wie wird ein gegenschlag organisiert und dann sieht man so räume wo so faxgeräte reingeschoben werden und irgendwo im hintergrund rennt und wir sehen das aus der perspektive von bruno diesen arzt und und der versteht halt eben nicht was da los ist und dann verstehen wir das als zuschauer auch nicht also im grunde genommen ist das was da passiert relativ klassisch ein sehr klassischer gangster film da schießen leute aufeinander gewalt erzeugt gegen gewalt aber aus brunos perspektive ist das einfach zu komplex ja nicht nur zu komplex sondern auch in den bild entscheidungen natürlich auch offscreen ja also nur ein beispiel und zwar ganz abstrakt auch noch gehalten bruno kann auf dem parkplatz sein und diese action dieses shootout passiert irgendwo ganz anders und dann tauchen plötzlich menschen die irgendwie da waren auf und und das das ist das faszinierende also dieses chaos das permanent bruno und damit auch den zuschauer umgibt ich würde gerne auf eure faszination für die pusher trilogie zurückkommen weil die pusher trilogie ist eigentlich auch ist keine farbtrilogie aber es geht immer um farben nicolas winningreffen ist ja farben blind also arbeitet er behauptet er dass zumindest behauptet dass er behauptet auch er hat keinen führerschein wir wissen nicht welche behauptungen richtig sind aber 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 es ist natürlich ein eintauchen in farben und das macht ihr also der film taucht wirklich ein ins rotlichtmilieu und zwar lichtmäßig gesehen also wie wie viel freude war es diese sets und diese licht kaskaden sozusagen zu bauen durch die will gehen unterschiedliche lichtstimmung ja also dazu das ist daniel und paul piek aber aber ich meine du bist ja auch kolorist das darf man auch nicht vergessen und deshalb die farbwelt von schock ist sehr auf deinen mist gewachsen also ja verteidige dich ach er könnte ich jetzt könnte ich jetzt lange drüber reden tatsächlich das dass das also ich ich würde sagen wir haben echt viel freude daran gehabt ich komme ganz kleines bisschen noch mal rein also wir haben wir haben uns schon so irgendwie vorgenommen bis in random so wir machen es anders so und dann haben wir auch währenddessen rausgefunden hat heißt das eigentlich so und wir uns war zum beispiel total wichtig in köln film in köln zu drehen also so albern sich das erst mal anhört so und motive zu finden die quasi nicht das number one bordell location die man halt so findet wenn man da auf location suche geht sondern das war uns ein ort also das ist zum beispiel ein motiv das haben wir komplett beziehungsweise unsere szenenbildnerin haben das komplett gebaut und entwickelt auch auf dieses rot hin so also das ist eine sehr konkrete entscheidung so es ist gar nicht so einfach zu erklären woher die genau gekommen ist so ne aber die hat sich halt eben in der in den langen gesprächen entwickelt also es war irgendwie klar dass es auch ein bisschen vielleicht weil es ein bisschen ein klischee ist und das klischee so zu erzählen dass es sich nicht wie eins anfühlt so das ist glaube ich so ein bisschen die geile herausforderung dann gewesen wir hatten auch wie bei den schießereien wir haben jetzt wirklich jetzt nicht da gesessen und gedacht so oh jetzt endlich mal eine geile schießerei drehen oder so sondern wir wussten so wie das wir müssen wir wollen das bedienen wir wollen das machen wir wollen einen film haben der am ende sagen wir jetzt nicht sich in einer atmosphärischen abstraktheit verliert sondern eine sozusagen als genre film konkret endet so und da kam dann da das sind da sind auch sehr klare farbssituationen oder farbcodes die in dem film drin sind und die sind tatsächlich auch sehr davon geprägt wie die locations eben waren das muss man sehr deutlich sagen also paul hatte da bock auch mit dem jürgen tomadini unserem oberleuchter da zu sagen wir leuchten so wenig wie es geht so wenig also sage ich mal so wenig level in den raum zu bringen sondern das vorhandene licht so möglich so zu nutzen wie es da ist und zu verstärken zu verbessern vielleicht natürlich wie beim asia paradies motiv das auch einfach sehr stark zu setzen so ein bordell ist genau und diese ich glaube die farb kurz sind haben sich vor allem so auch daraus entwickelt oder hier da wo der sandro sozusagen auf seine also nicht er aber sie der franko auf seine auf seine krebsbehandlung von bruno wartet in diesem versteck in diesem keller das ist auch ein gebautes set so das heißt da sind natürlich die eingriffe sagen wir mal direkt gewesen sondern diese orangenen fenster und das ist irgendwie noch so irgendwie irgendwas von draußen irgendwie da sich rein erzählt aber ich glaube dass es wirklich sehr ja es ist wirklich ist keine so einfach zu erklären frage weil ich kann dir sagen es ist extrem wichtig aber das sind vier jahre zeit in denen sich das entwickelt hat so deswegen ich kann nicht sagen die schublade mache ich auf und kann dir diese antwort geben es ist einfach etwas wo wir wo wir uns sehr sehr viel zeit beigelassen haben diese farbigkeit zu entwickeln und das wichtigste das wussten wir aber von anfang an ist dass der film so ein bisschen so eine eternal darkness braucht so dass auch die tagbilder sich nicht hell anführen genau wir hatten auch keine keine angst vor dunkelheit im gegenteil wir wollten wir haben jetzt bei der sequenzen die fast in kompletter dunkelheit spielen und ich sag's nur diese apotheken szene das ändert nämlich auch den prozess beim drehen in dieser apotheken szene wo bruno dem thomas eins auf die mappe gibt ich kann es dir sagen es war an diesem ort es war so dunkel dass während des tags hast du niemanden gesehen so wird es es war wirklich das war wirklich das war wirklich das war irrsinn so ja und dann haben sie nach dem tag machen alle leute ihre 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 lampe irgendwie am kopf und auf einmal siehst du krass da stehen wie 30 leute hier oben so ja das war wirklich ja das war wirklich abgefahren oder so und dass diese dunkelheit so zu zu lassen und auch so genau gucken zu müssen das war uns einfach unglaublich wichtig dann nörden wir noch ein bisschen ab ist die sony wenn es dafür als kamera entscheidend weil sie die lichtstärkste ist die antwort ist ja das ist ein eindeutiges ja wir haben auch wir haben tatsächlich drei relativ intensive kamera test gemacht hat sich was so low light sachen angeht das hätten die anderen in a way sicher auch gebracht aber die wenn es hat einfach so viel luft nach oben so viel so viel raum das war ein ganz wichtiges ding und wenn wir schon über kamera und nerd shit reden dass wir mit anderen auf hohen drehen wir auch extrem wichtig so weil das macht nämlich auch was mit farben mit überhaupt mit der abbildung von dem was wir da machen es ändert es ist so ein so ein so ein so ein optischer eingriff so als wird man alles über einen spiegel film so so fühlt sich das irgendwie an es ist alles so ein bisschen anders und es ist nicht so zu sagen hier ist eine szene und wir kann man die so sondern es ist eine eine komische optische verwurstung der realität die die eine magie hat die einfach in dieser in diesem optischen prozess irgendwo sich versteckt so worauf man sich zum glück auch einfach ein bisschen verlassen kann und das ändert sehr viel auch an der farblichen an dem ganzen farb ding und die überhaupt noch an der textur des filmes das war ganz wichtig würdet ihr dann sagen weil du hast auch gesagt ihr habt gar nicht so viel geleuchtet oder gebaut also sind eher so gefundene orte dass ihr diesen film und das licht des films auch mit diesem rohmaterial der in der kamera gebaut hat oft sehr dunkel aber es gibt zum beispiel eine geniale shootout sequenz wie ich finde eine plan sequenz lass uns nicht zu tief einsteigen aber sozusagen dieses dieses ist das erstmal plan und wird dann mit verschiedenen lutz extrem durchgearbeitet weil zumindest diese sequenz oder einige sequenzen sahen eben schon nach viel lichtsetzung aus ja also ich da wurde sehr intensiv mit licht gearbeitet aber das was worauf ich hinaus will ist dass wir sozusagen jetzt so ein scheinwerfer die hätten wir auf jeden fall ausgemacht und dann hätten wir versucht den raum noch mal ein bisschen dunkler zu machen und dann hätten wir versucht es so zu drehen und es ist vielleicht so ein bisschen spezielle situation weil ich so irgendwie halt auch hier jetzt bei dem film hat auch jetzt irgendwie farbkorrektur gemacht habe da haben wir jetzt mal schon eine sehr eine sehr ausgedehntes grading erlebt so mit dem film wie man das wahrscheinlich sonst nicht hat wenn man das extern holen muss auch was technik angeht und so wir haben auch wirklich tollen support bekommen so von allen seiten auch von wie viel to grain können aber die ich glaube ich habe da schon am ende dreimal oder viermal so lange daran gearbeitet wie man das normalerweise für so ein film hätte leisten können vielleicht doch hätten wir das bezahlen müssen wirklich hätte man hätte man mich bezahlen müssen wäre das ein ernsthaftes problem gewesen und die ich habe auch die vfx selber gemacht also keine helden tat es gab da einfach der film hat zu 80 shots so ein bisschen so clean up geschichten aber auch so ein paar performance ändernde momente von denen ich dir vielleicht später mal erzähl was wo die alle drin sind nee und da haben wir auch im schnitt sehr früh mit angesetzt und damit auch wir haben wir haben mit dem material sehr intensiv gearbeitet so im schnitt geremix das ist auch viel anders als im buch also sandro zieh dich warm an du kennst das drehbuch noch der film ist an vielen stellen es ist einfach es ist anders zum teil also es ist das tschuldigung wenn ich da euch so voll aber aber der der punkt ist wirklich auch so dass das waren unglaublich schöne sache dass wir dass das gar nicht so getrennt war wir haben im schnitt totalen remix prozess gemacht so ne da hat das raw material von der venison zu wissen wie geht man wie kann was kann man damit überhaupt noch herstellen so wo geht man dahin die mutigkeit zu sagen so jetzt sind einfach mal zehn sekunden fast schwarz so im bild hintereinander diese dieser mut da so damit arbeiten selber auch arbeiten zu können das nicht mit irgendwie drei vier firmen wo man immer prozesse hat so dass wir das in sich selber herstellen konnten so das war das was wir uns gewünscht haben dass was wir getan haben und das was wir wieder tun werden so weil so dass es das ist filme machen wie es sich wie es sich richtig anfühlt so neben dem jetzt mal nicht so zu tun als wäre das jetzt wichtig als der dreh selber aber das war auch noch mal ein sehr spezieller vorgang so auch weil wir quasi da auch eben unglaublich frei waren und dann hat im schnitt schon angefangen haben ja irgendwie wirklich extreme änderungen wie mal irgendwie augen auf und zu machen wo es eigentlich nicht so war und bilder aneinander zu stetschen die es so nicht gegeben hat wir konnten das halt im schnitt entscheiden und einfach umsetzen aber dafür muss man sagen also das war ja auch geplant wir wollten auch die möglichkeit haben hinter das material so remixen zu können und da war das buch halt auch entscheidend wir haben halt wir haben halt diese scharniere im buch deutlich wir haben der bestellen offen gelassen also zumindest wir wussten an gewissen stellen hier brauchen wir nicht zu sehr ins detail zu gehen weil weil das ist ein scharnier hier können wir vielleicht können wir das noch mal im verlauf bearbeiten also auch da ist war nie so der prozess dass wir von oben herab gesagt haben da geht es lang so so machen wir es sondern wir sind so ein bisschen assoziativ an den ganzen film gegangen gutes genre braucht mut zur patina und mut zur hässlichkeit wie ich glaube fari jahr dem in der rolle die du ursprünglich haben wolltest sieht glaube ich so fertig aus wie nie kann man das so sagen würdet ihr damit gehen und ich hoffe doch sehr ich bin sehr stolz drauf ja also ich bin noch ich muss auch sagen ich finde der der seine schauspielerische leistung ich bin unglaublich froh dass ich das nicht gespielt habe sondern er hat das einfach total genäht ich habe ich bin ich kenne fari seit 20 jahren ich finde es ein fantastischer schauspieler hat selten gelegenheit gab zu zeigen was er kann also in jerks ist er ganz fantastisch und so aber er hat einfach nur wirklich eine große bandbreite und ich finde was er bei unserem film macht also ist wirklich super und ja das sieht einfach sehr fertig aus anders kann man sich sagen wir hatten aber auch alle lust darauf fertig aussehen es gibt so einen schuss von mir wo ich so im auto sitze und ich habe so falken und ich denke jetzt sieht sie aus wie ein 70 jähriger mann und wir hatten irgendwie freude dran freude hässlich zu sein ja ja fari ist ja die ganze zeit so ein angeschossenes tier im film und da hatte der auch einfach total bock drauf muss man mal sagen also da gab es keine handbremse die wir da groß lösen mussten so das hat er das hat er sehr hat er sehr umarmt und ich meine das ist so die es hängt natürlich so diese ganzen diese ganze wundenkram den wir mit ihm auch so gemacht haben ist natürlich schon noch zeitintensiv so und auch spielerisch natürlich spannend aber das ja rotzt ja auch die ganze zeit so rum im film und so und das finde ich einfach mega geil so der fels wie ein normaler mensch ist wir haben noch wir haben wir haben naja wie ein seltsamer mensch aber es gibt so in film gehen ja leute nicht aufs klo die waschen sie nicht ihre hände oder irgendwie so ganz häufig gibt es ja so diese Normalismen nicht und so bei uns geht es auch keiner aufs klo schade eigentlich nächstes mal aber die aber irgendwie so so rumzuleiten und das auch ein bisschen auszuhalten es war auch einfach schön ist einfach schön anzugucken über das dritte element redet ihr gar nicht nämlich seine haare seine die zurückgesetzte haar linie ist ja ganz entscheidend das verändert seine präsenz komplett ja also was ich wirklich auch fantastisch an farig finde wie uneitel er damit umgegangen ist es haben wirklich ganz also man meint mag es gar nicht meinen aber es ist ein wahnsinnig uneitler mensch und genau der hat der kam auf die idee mit diesem bart du meintest du ja aus wie ein penner finde ich gut und haben gesagt ja das war sowieso auch etwas mit den schauspielern und schauspielerin also das kommt natürlich aus meiner perspektive ich weiß ja wie sich das anfühlt manchmal in so einem apparat drin zu sein und dann sagen leute was man zu tun hat und und innerlich wird sich irgendwie alles und ich wir haben allen leuten gesagt wenn du eine idee dazu hast du nimm die rolle an also ich habe da nicht das urheberrecht du kennst deine rolle besser als ich und und macht daraus was du willst und viele haben das angebot angenommen und die rollen wirklich an sich gerissen was mir persönlich auch gefällt wir haben eine große verehrung hier als filmfest münchen für anke engelke als dramatische schauspielerin mutter mein sohn jetzt ihr wie klar eine kleinere rolle aber es ist immer immer wieder unglaublich wie gut sie sich zurücknehmen kann und auch das ist offensichtlich so eines von diesen angeboten die gemacht habt von denen du redest nicht absolut ja ja wir haben ja wir haben ja komplett frei hand gelassen die konnte das entscheiden und und auch da ich kenne anke auch sehr lange und ich weiß auch dass sie eine tolle schauspielerin ist und deshalb gibt da hatte ich da überhaupt keine bedenken das war wir hatten darüber gesprochen weil weil wir in dem film also es gibt halt fari wird der bekannteste schauspieler sein in unserem cast und ist mal die frage so sieht man dann irgendwie anke engelke und und wollen wir das und aber dann fand mir das eben genau wieder interessant nämlich zu sagen so wie wie können wir was können das kann anke machen damit 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 sie davon ablenkt dass sie anke engelke ist und sie macht es einfach damit dass sie diese rolle einfach fantastisch spielt gibt es denn von ihrer seite fragen hat schon jemanden film gesehen will kommentieren will fragen stellen dann sehr gerne acht als eine frage sehr gut und da hinten dann auch zwar die zweite das funktioniert ja ich hätte erst ein lob ich wenige filme die ich je gesehen haben haben so wenig text und ich finde das sehr mutig von euch das macht es müsste viel öfter gemacht wenn es toll weil es wird alles gesagt finde ich und die frage weiß ich nicht ob ich die stellen kann ohne dass ihr bei der antwort spoilern ist aber ich werde schlaflose nicht da haben wegen der feile ich weiß nicht genau warum du das gemacht hast also das ist absolut absolut uns spoiler ohne spoiler beantwortbar würde ich sagen unmöglich ja also der moment aber ist die frage was warum 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 ich hatte vermutet dass du danach ins krankenhaus gehst und irgendwas versucht zu kaschieren damit das nicht auffällt er ist es medizinische frage okay als ich meine da wir hier in einem kleinen kreis sind und das alles aufgenommen wird das alles aufgenommen wird also es gibt es gibt an einer stelle gibt es eine eine schwere verletzung und und wir haben medizinisch darüber geredet ist das überhaupt notwendig das zu tun was bruno da tut und die antwort ist nein aber aber vielleicht doch also ist wenn wenn irgendwo knochen hervorstehen dann muss man die glätten um halt hautlappen drumherum modellieren zu können und das ist eigentlich das also ne da waren viele ärzte meinten ja ist ein bisschen viel und dass er das selber macht ist komplett bescheuert so aber aber das ist genau das was wir wollten bruno sollte da etwas machen was was komplett irre ist so ich hoffe das beantwortet so halb die frage also lasst uns nicht spoilern lasst uns nicht spoilern bitte mit mikro ich habe eine frage zum titel sind ja zwei eigentlich warum zwei also einmal ist eine momentaufnahme für mich schock und dann konsequenz also was meinst du mit zwei schock und schock kein weg zurück also ehrlicherweise auch wenn das aufgezeichnet wird ich ab einem gewissen punkt gibt man diesen film ab und hat kein mitspracherecht mehr darüber was für schabernack damit getrieben wird wir waren immer der meinung dass der film schock heißen soll das reichte uns ich finde diese diese direktheit in dem titel gut und es gibt halt leute die anderer meinung sind und deren meinung gewicht hat und dann muss man irgendwo ein kompromiss finden so ich glaube das ist nicht zu bitter aber wie soll man das anders sagen genau es ist ein kompromiss da hinten ist auch eine frage richtig richtig gutes ding ich hatte auch das glück ihn schon zu sehen wie habt ihr euch die regiearbeit aufgeteilt und gab es da irgendwo was was war die größte schwierigkeit vielleicht auch dabei wenn ihr da hingehen wollt soll ich also die frage wurde uns so oft gestellt weil die natürlich extrem entscheidend ist so und die antwort ist wir haben zusammen film gedreht so und es ist tatsächlich denn es in dem moment wo denn es das schauspielerische also denn es ist würde ich sagen jetzt vielleicht abgesehen von drei vier einstellungen einfach immer im bild also vielleicht nicht mal das ich glaube es gibt ein oder zwei einstellen wo du nicht zumindest daneben stehen muss also für eine ober schulter das heißt denn es war natürlich gut komplett damit okkupiert eben im bild zu sein schauspielerisch zu tragen und und das war eine extrem große herausforderung so die natürlich ihren raum braucht so und ich glaube das was finde ich eine super stärke ist da muss man auch einfach gar keine angst vor haben wenn man wenn man sich zusammen trifft und sagt lass uns ein film zusammen drehen und man weiß so in etwa was die rahmenbedingungen sind was man einhalten muss also dass man irgendwie halbwegs die dispozeiten trifft dass man nicht jeden tag irgendwie überstunden ballert und dass man die leute nicht platt macht und dass man einfach miteinander dreht dann ist es gerade im kino am ende gar nicht so schwierig weil man muss das nicht so genau definieren es gab immer auch die frage sprich dennis mit den schauspielern ich spreche mit dem kameramann also das ist das ist tatsächlich am ende des tages unmöglich dass so dass so eine trennung herzustellen es gab natürlich momente wo was dass ich ich denn es auch mal ein take gezeigt habe so was wir gedreht haben aber das war für denn ist auch einfach gar nicht so entscheidend das ist vielleicht so dass wo es am meisten so eine trennung würde ich jetzt sagen aus meiner ebene aus meiner perspektive gegeben hat weil am ende wir haben in die eine sehr intensive vorbereitungszeit wir haben uns jeden tag mit mit dem david mit unserem editor getroffen und wollten eigentlich ursprünglich über die muster reden aber haben eigentlich über alles mögliche geredet so wir haben geredet wir haben viel geredet dass das war ja also ist für uns zumindest jetzt so der grund dass wir auch sagen wir wollen eigentlich gerne so weiter drehen und wenn wir es uns ausruhen könnten auch nur noch so ehrlich gesagt dafür braucht es aber eben hat zeit das geht in so im kino kontext mehr als jetzt bei einer bei einer serie und die trennung also ich weiß nicht vielleicht habe ich mich auch immer zu sehr gegen gewährt weil ich fand die idee auch immer scheiße dass es eine trennung gibt so ja aber also sagen wir so es gibt halt natürlich während des drehprozesses du hast es ja gerade gesagt ist also irgendjemand muss diese rolle ausfüllen irgendjemand muss halt der ansprechpartner sein für für alle anderen und diese rolle hast du natürlich übernommen also all diese all diese organisatorischen prozesse das ist etwas wo du standst und du hast das organisiert weil einfach einer musste das machen aber ich glaube dass das regie führen ein sehr viel größerer prozess ist als das rein organisatorische das ist halt eben auch die vorbereitung gewesen dazu wir beide wussten ja auch also wir wussten ja was wir wollten wir mussten uns auch gar nicht groß unterhalten also du wusstest wir beide kannten bruno irgendwie und genau es war dann so dieser drehprozess ist ich glaube regie führen ist halt eben mehr als einfach nur diese 30 tage da zu stehen und und zu sagen und bitte genau deswegen ist vielleicht zu dem ich deswegen auch so schwer aber bei dem thema also ich glaube die auf einer ganz profanen ebene ist es dazu ich habe irgendwie mit unserer regie assistent sind mit der inga grüße gehen raus inga nährlich top regie assistent sind aber die sozusagen im reinen drehprozess haben haben irgendwie der power inga und ich so die logistik sachen im wesentlichen gemacht aber dennis hat trotzdem auch auf die uhr geguckt es ist halt immer du bist du steckst da gemeinsam drin und dann machst es halt gemeinsam das ist die wahrheit so und wenn die größte trennung ist dass dennis im bild stand und ich auf monitor geguckt habe und wir da uns beide ziemlich nah waren in diesem moment jetzt gibt es noch die auch ja das macht sich jetzt von selbst wunderbar da ist ihre frage und dann vorne ich fand das ganz interessant dass sie gesagt haben dass sie die starken scheinwerfer ausgeschaltet haben mich würde interessieren wie sich schauspielen an sich ob sich das verändert wenn man nicht so quasi auf einer bühnen situation ist dieses krasse angeleuchtet sein sich da was verändert ja schon natürlich ja ja also ich meine ist wenn man wenn wenn man eine szene dreht und da ist eine riesen kamera die einem ins gesicht filmt an der man vorbeigucken muss dann ist das ist das ein faktor der ablenkt und man muss da immer so drum herum spielen man muss das aktiv ausblenden und je mehr einfluss genommen wird auf das was also um das spielfeld auf dem man sich bewegt desto mehr störfaktoren gibt es und wenn da jemand mit einer fahne also ich meine ich kenne gerade auch so dreh prozesse wo die technik wirklich es geht nur noch um die technik da werden wird zwischen schauspielern werden so fahren gestellt die können sich nicht mehr angucken so und alles ist wichtiger als dass die irgendwie frei spielen können und das ist auch etwas was wir komplett vermeiden wollten wir haben sehr den fokus auf schauspielerei gesetzt und und dann ist das tatsächlich eine hilfe also wenn die räume frei sind zwar auch mal klar alle leute können sich bewegen wie sie wollen wir richten erst machen wir die szene und dann richten wir uns nach dem was da passiert genau und ja ist auf jeden fall eine hilfe habt ihr überwiegend mit einer kamera gedreht oder mit aus verschiedenen perspektiven um mehr strecke zu machen und wie sah der schnittprozess aus also seid ihr tatsächlich im schnitt anwesend gewesen oder habt ihr euch die jeweilige schnittversion nach ein paar tagen angeguckt und dann wieder feedback gegeben genau nimmt uns da mal mit was war noch mal das erste ich mein schnittprozess ist kurz mal bin ich mit die seele mein körper verlassen genau zwei kameras wir haben durchgehend mit einer kamera gedreht so ich glaube schon hätten wir die möglichkeit gehabt eine zweite kamera dabei zu haben hätten wir die schon noch eingesetzt an einem also an einem drehtag der am ende nicht stattgefunden hat wegen einem sturm da hatten wir zwei kameras da aber egal also es jetzt interpretation auch noch mal von wird es vielleicht auch so ein bisschen so mein ding so aus den fernsehsachen die ich vorher so gemacht hatte da hätte ich mir in der vorbereitung schon zwei kameras gewünscht so auf so einem auflösungs level sage ich mal so aber eigentlich war die arbeit mit einer kamera ist schon super und ich glaube das ist ein großes learning dass das das covern das gar nicht so entscheidend war das kann man das covern von von sachen war nicht schwierig und da hey david cool dass du da bist hat tatsächlich das auch sehr geholfen also wir hätten sicherlich auch wenn wir jetzt zwei kameras gebraucht um irgendwie harter durchzumetern dann wäre das auch irgendwie gegangen sage ich mal im drehprozess wäre teurer gewesen genau aber irgendwie hätten wir es wenn es notwendig gewesen wäre schon irgendwie gegangen aber david hat uns eigentlich immer nur ermutigt so scheiß auf die achse so hämmert einfach durch so packt den packt die wenn es mit diesem riesen trümmer an anamorphotik technologie also mit die mit diesen cook optiken haut das da rein und dann latscht einfach maßart diese szenen durch so und paul hat das sich auch sehr genommen so ne wir haben mit dem gimbal gedreht und handkamera das war für den eine grenzerfahrung kann man nicht anders sagen so sehr gelitten ja also unser kameramann genau aber zum schnittprozess genau und das deswegen das also es ist so ein halbchen auf stöckchen ja ja genau aber die ich glaube das war ganz wichtig dass wir es nicht mit zwei kameras gedreht haben also für den ganzen prozess im schnitt selber willst du erzählen nö sonst laber ich hier die ganze zeit so ein stück durch ach so ja also okay schnittprozess ne wir waren dabei natürlich durchgehend also wie gesagt david wich in unserer ältere sitze hinten noch einmal genau der war aber auch schon sehr früh in den ganzen prozess mit eingebunden also sogar schon auch in der drehbuchentwicklung haben wir uns zusammengesetzt und also wir wussten dass wir das zusammen machen wollen und er war einfach durchgehend dabei und im schnitt ich weiß gar nicht wie viele wochen hatten wir da insgesamt ich weiß gar nicht 18 wochen haben wir geschnitten dann aber noch mal geschnitten und dann aber noch mal geschnitten und das das haben wir zusammen gemacht durchgehend und das war das war mit einer der schönsten erfahrungen bei diesem dreh weil wir einfach eine wahnsinnig gute zeit hatten ja und sehr viel ausprobieren konnten und durchgeknalltes zeug gemacht haben ja david ist zu uns nach köln gekommen also erst ursprünglich köln aber unter zwischen berlin und wir haben aus diversen gründen gesagt so wir wollen eine wohnung haben wo wir schneiden essen und david auch wohnt und wenn wir dringend haben die nacht durcharbeiten können was wir nie gemacht haben zum glück wahrscheinlich deswegen weil wir so gut darauf vorbereitet waren das war eine super intensive schöne zeit tatsächlich wir haben uns da wir haben auch wir haben abgesehen von wir haben uns einmal irgendwie die bettwurst angeguckt von rosa von plauen ja und das hat uns den komp muss man sorry christian aber das hat uns glaube ich schon einen schnittag gekostet ja holy shit ja so zwei wirklich zwei auch zwei grenzgänge die wir da so hatten und ansonsten haben wir wir haben geschnitten wir haben gegessen und haben jeden jeden tag gesagt heute sind wir weit gekommen morgen geht's weiter abend aber ganz kurz noch aber ihr habt immer zu zweit in einem rutsch durch also wie chronologisch oder ihr habt nie aufgeteilt dass mal jemand du machst mal die szene ich mach mal die szene dann gucken wir drüber ok krass zum thema der rhythmisierung und der ist ja wahnsinnig gut Also zum Thema Schnitt und zwar schnell und auch unglaublich lange Plansequenzen, also unglaubliche Amplituden auch. Aber ihr habt ja auch eine unglaublich atmosphärische Musik von Heimbach und die Frage ist, wie verhält es sich dazu, dass die Musik, also Musik und Schnitt sozusagen zusammenkommen? Weil ich kann mir fast nicht, oder vielleicht doch, kam die Musik sozusagen auf den fertig geschnittenen Film oder hat sich Musik und Bild gegenseitig beeinflusst? Also zu Heimbach muss man erstmal sagen, wir haben einen sehr speziellen Musiker für unseren Film, mit dem wir unglaublich, wir sind froh, dass er das gemacht hat. Das ist ein Musiker, der aus altem Testequipment, aus Atomkraftwerken Musik macht. Also das sind so, der hat so Wände voll mit so Geräten aus den 50er, 60er Jahren und macht damit Musik. Und das ist sehr atmosphärische, technoide, aber dennoch musikalische Musik. Und ich kannte den aus der Ferne, also nicht persönlich, aber ich habe ihn als Musiker immer bewundert. Und wir haben ihn angefragt, er hat sofort gesagt, er hat Lust, er hat das Buch gelesen, er fand die Idee toll. Und da war das ein sehr, sehr unterschiedlich, der Prozess. Zum einen hat er uns erstmal seine komplette Library zur Verfügung gestellt. Wir konnten einfach reingreifen und nehmen, was wir wollten. Damit haben wir angefangen. Und dann war es so ein Hin und Her. Wir waren dann auch bei ihm im Studio. Er hat sich Sachen angeschaut, hat dann dazu direkt Musik gemacht. Es gab auch einen Moment, wo wir gemerkt haben, unsere Abspannmusik ist nicht lang genug. Und dann haben wir Heimbach angerufen und er meinte, ja du, ich bin gerade im Zug. Er meinte, ja kannst du nicht mal was machen? Er meinte, ja klar. Und dann hat er im Zug irgendwie die Musik einfach für unseren Abspann gemacht. Und die ist super geworden. Also so, es war sehr, sehr spontan, sehr durcheinander, mal so, mal so. Also alles war dabei, würde ich sagen. Ja, zwischen lange an einzelne Tracks rumdoktern und in 18 Sekunden ist das Ding fertig gewesen, war auch alles dabei. Ja, ich glaube, also wenn man jetzt kann, ach ja, aber da ist noch eine Frage, dann machen wir das noch gerne, natürlich. Drehtage sind ja teuer. Geld spielt keine Rolle. Ja, dann vielleicht doch. Das heißt, wurde dann mit den, es hieß ja, dass jeder was auch dazu, seine Meinung oder was dazu beitragen kann. Wie ist das dann mit den Schauspielern? Habt ihr mit denen geprobt oder wurde es dann Kamera los und dann erst, ihr habt schon geprobt? Nee, leider nicht. Also wir wollten proben. Es gab am ganz, also ganz am Anfang haben wir gesagt, wir wollen sechs Wochen proben. Ja, genau. Und dann war diese Zeit irgendwann so, das war dann weg und wir fangen jetzt an zu drehen und dann hatten wir einen einzigen Probetag mit einem Schauspieler, der extrem hilfreich war, muss man sagen. Ich muss sagen, wir mussten dann proben vor den Takes und das war ein wahnsinniges Problem. Also so möchte ich das auf keinen Fall nochmal machen. Am Ende ist es eine Geldfrage gewesen. Wir hatten nicht das Geld zu proben, aber das hat den Prozess sehr erschwert. Weil man halt, gerade bei dem Buch, das wir geschrieben haben, also das ist gerade, es gibt ganz wenig Dialog in dem Buch und das ist sehr handlungsgetrieben, die Geschichte. Und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir wenig Dialog haben. Vor allen Dingen auch diese, wie du ja weißt, Dialoge, wo so Leute miteinander sprechen und irgendwie eigentlich mit dem Zuschauer sprechen, in Wirklichkeit. Und sagen, wie du ja weißt, sind wir Geschwister? Ja, ich weiß, mein Bruder. Und auf sowas wollten wir auch verzichten und das macht sehr viel sehr schwer. Und das muss man herausfinden, ob das überhaupt funktioniert. Also nicht wirklich die Probenzeit gehabt zu haben, war ein großes Problem. Ich bin gespannt. Ich gucke den Film hoffentlich morgen an. Viel Vergnügen. Genau. Wie viel Raum für Improvisation gab es dann, wenn nicht so viel geprobt werden konnte? Ich würde sagen 100 Prozent. Also gar nicht mal jetzt textlich oder so, das ist gar nicht der Punkt. Aber wirklich, also es gibt immer die Angst, dass Schauspieler schlechte Ideen haben. Und das ist auch zu Recht so, weil viele Leute haben schlechte Ideen. Aber ich habe noch nie einen Schauspieler erlebt, der auf einer Beerdigung ist und sagt, ich habe eine Idee, ich erzähle einen Witz. Also in Gemeinden verstehen die Leute schon, in welchen Situationen sie sind. Und da konnten sie machen mit, was sie wollten. Das war, also wie wir zum Beispiel zu Anne Schwarz, die ja auch eine alte Bekannte des Festivals ist, ich habe mit Anne ein Casting gehabt. Also sie spielt meine Schwester in dem Film. Ich habe mit Casting ein Ende gehabt. Und wir haben uns bei diesem Casting die Bälle nur so zugeworfen. Sie hat was gesagt, ich habe darauf reagiert, ich habe was gesagt, die hat das aufgenommen und ich dachte einfach, wow, mit der zu spielen ist wie mit ihr zu tanzen irgendwie. Und an dem Moment wusste ich, okay, die muss in den Film. Und der Cast generell, wir haben uns die Leute danach ausgesucht. Also sind die Leute in der Lage, das auszufüllen? Und genau, ja, also Improvisation, ja, war absolut gegeben. Das heißt, ihr hattet im Vorfeld schon Konstellationscastings gemacht? Wir haben überhaupt keine Castings gemacht. Auch nicht? Nein. Wir haben doch ein Casting gemacht, aber das war nicht wirklich ein Casting. Das war eine Probeaufnahme. Das war eine Probeaufnahme. Wir wussten sehr früh, wen wir besetzen. Und manche Leute haben uns wirklich den Hintern gerettet. Hinten sitzt Sandro Di Stefano, der Franco spielt, der eine Wahnsinnsleistung, der uns wirklich den Arsch gerettet hat in dem Film. Wir haben jemanden gesucht, der einen italienischen Mafiosi spielen kann, den man gern hat. Versucht das mal zu finden. Und das ist wirklich extrem schwierig. Und genau, für sowas ist man dann natürlich sehr dankbar. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte was ganz anderes, also was heißt ganz anderes, aber ich wollte fragen, ob es so einen Moment gab, seitdem ihr euch entschieden habt, hey, wir machen das, wir schreiben das Buch, bla bla bla, wir drehen, wo ihr gezweifelt habt. Also gezweifelt an der ganzen Geschichte, an dieser Zusammenarbeit. Oder war das immer so, egal, scheiß drauf, wir machen es. Boah, schwer zu sagen. Eigentlich, also ich kann sagen, von meiner Seite nicht, ehrlich gesagt. Nee, von meiner Seite auch nicht. Also ich glaube, es gab vielleicht so den Moment, so nach dem Dreh, wo dann irgendwie so, einfach so ein bisschen die, das war ein unfassbar anstrengender Prozess so, wo einfach so ein bisschen so die Kräfte nachgelassen haben und dann war es schwer, das einzuschätzen. Funktioniert das, also werden wir selber damit glücklich? Wen interessiert der Salat eigentlich, den wir da jetzt, wo wir es uns so ein bisschen schwer gemacht haben auch? Aber ein richtiger Zweifel tatsächlich nicht. Würde ich auch nicht sagen. Also auch gerade im Prozess, ich bin überrascht, dass wir über so eine lange Zeit auch in der Buchentwicklung so interessiert an unserem eigenen Stoff geblieben sind. Also ich hatte, weil ich, am gewissen Punkt hatte ich auch das Gefühl, ob das jetzt klappt oder nicht, ist es mir völlig egal. Also wir sind da auf einem guten Weg und so, man hat dann immer halt diese Teilziele. Wir wollten ein Buch haben, das funktioniert, auf das wir stolz sein können und dann hatten wir das und dann gab es das nächste Ziel. Aber nee, ich würde sagen, wir waren immer motiviert, das zu Ende zu führen. Was ist denn mit dem Publikum los? Ist ja sonst noch mal. Nein, es ist so gut. Ja, wir müssen raus, weil genau, wir müssen glaube ich wirklich raus. Kannst du was zum Showdown sagen? Also das war ja Wahnsinn. Nicht spoilern. Zum Showdown sagt dir morgen was. Aber vielleicht können wir was dazu sagen. Also erst einmal, ich glaube, es gibt sehr klassische Gangsterfilme in Deutschland, die, einen Film, den ich selber gemacht habe, Chico zum Beispiel, sehr klassisch, zu seiner Zeit wirklich ganz toll. Wir wollten das nicht machen, wir wollten etwas machen, was ein bisschen tiefgründiger ist, aber wir müssen das jetzt auch nicht komplexer machen, als es ist. Schock ist ein Genre-Film und wir waren der Meinung, dass ein Genre-Film ein würdiges Genre-Ende braucht. Und da finden wir keinen Weg drumherum. Und dann wollten wir etwas machen, das in seiner Härte, in seiner Nacktheit einfach so dastehen kann, ohne dass wir was dazu tun müssen. Wir müssen die Situation nicht dramatisch schrecklicher machen, als sie ohnehin schon ist. Und deshalb, ich glaube, das wirkt so sehr, weil es wahnsinnig nüchtern ist. Es ist ein Showdown, der sehr nüchtern beobachtet ist, glaube ich. Morgen 21 Uhr, Sendlinger Tor, Weltpremiere von Schock. Es gibt noch Garten, kommt vorbei. Vielen Dank, dass ihr zum ersten Mal da seid. Daniel Rakete-Siegel, Dennis Moschito. Vielen Dank.